Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen bei Einfach Glauben. Schön, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wann hast du das letzte Mal einen Handyvertrag abgeschlossen? Oder eine Prepaid-Karte aktiviert und wie viele Stunden, vielleicht Tage oder Wochen hast du gebraucht, um alle Optionen und Funktionen von den unterschiedlichen Anbietern zu vergleichen? Wann hast du das letzte Mal dir ein Smartphone gekauft und dich endlich entschieden für dieses eine Modell und damit gegen unzählig viele andere Modelle? Wann hast du das letzte Mal auf Netflix eine Folge gesehen, einer Staffel, einer Serie und dich gegen viele andere entschieden und dann vielleicht eine nach der anderen geguckt? Ein gutes Buch gelesen? In welchem Format eigentlich? Papier, E-Book, Audiobook? Und wenn ja, warum dieses Buch? Fragen über Fragen, Optionen über Optionen. Und das sind nur die einfachen Dinge unseres Lebens. Wir leben in einer Welt, die immer komplexer wird, immer komplizierter wird und sich immer schneller wandelt. Wie kann man da einfach glauben? Wie kann man da einfach glauben, dass Jesus auch heute im 21. Jahrhundert mit meinem Alltag etwas zu tun hat? Wie kann man da glauben, dass das, was in der Bibel steht, auch heute noch eine Relevanz für mein Leben hat? Wie kann man glauben, dass es glaubwürdig ist? Und überhaupt, was ist mein Leben? Was ist mein Leben wert? Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was ist die Bestimmung meines Lebens? Das sind doch die wirklich tiefen Fragen und weniger die nach Handyvertrag unten im Buch oder in einer Netflix-Folge. In diesem Podcast werde ich in jeder Folge einer Frage nachgehen. Einer Frage tief auf den Grund gehen. Und ich sage nicht, ich habe die Antwort auf alle Fragen. Aber was du hier bekommst, sind Anregungen und Inspiration für einfach glauben. Für einfach glauben, mitten im 21. Jahrhundert. Jesus erleben, Jesus nachfolgen. Das heißt, einfach glauben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und am besten abonnierst du diesen Podcast gleich, dann verpasst du keine Folge. Und ich würde mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst an Menschen, die dir wichtig sind und von denen du sagst, es wäre gut, die hören hier zu. Einfach glauben heißt auch, dass du deine Fragen loswerden kannst. Am Ende einer jeden Folge werde ich dir sagen, wie und wo du deine Fragen loswerden kannst, die dann gegebenenfalls Gegenstand der nächsten oder einer der nächsten Folgen werden. Einfach glauben. Mit diesem Podcast helfe ich dir herauszufinden, wie genau das geht. Im 21. Jahrhundert, in deinem Alltag, mit deinen Fragen, in deinem Umfeld, mit deiner Umgebung, in deinem Beruf, in deinem Alter, mit dem, was dich bewegt, beschäftigt und ausmacht. Mittendrin im Alltag. Hier gibt es Inspiration aufs Ohr und hoffentlich auch ins Herz, wie du einfach glauben kannst und Jesus praktisch in deinem Alltag erlebst. Also nochmal herzlich willkommen bei Einfach Glauben. Schön, dass du dabei bist und schön, dass du Teil dieser Community bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.